Was ist mein schönstes Messer? Was mein hässlichstes Messer ist, das brauche ich nicht lang und breit erklären. Das ist mein Udo Pucco McKnife. Dazu verlinke ich einfach in der Videobeschreibung zu dem ausführlichen Video. Was mein hässlichstes Messer ist? Nun, nach Arthur Brehm wäre das das Lensky World Legal Knife. Finde ich aber gar nicht so hässlich. Finde ich irgendwie, hat eine Form wie ein Faustkeil. Vor allen Dingen, was es schön macht, und das werde ich in meinem Review in einem Monat sagen, das Ding ist fest, auch zum leichten Hebeln. Da kann man auch mal Stückchen Holzspeite einfach abspalten. Und dann macht auch ein komisch aussehendes Ding es wieder nicht unhübsch. Was ist nun mein wirkliches hässlichstes Messer? Nun ja, es ist dieses Teil, was ich doch sehr oft dabei habe. Also, es hat einen Löffel, es klappert, hurra! Es hat eine Gabel, es hat ein, sag ich mal, für ein Brotmesser ist es doch recht scharf. Und Flaschenöffner, beziehungsweise das soll sowas wie eine Andeutung eines Dosenöffners sein. Man kann dann, wenn man es mit dem Dosenöffner ganz aufklappt, kann man es aushaken und man hat Messer und Löffel, beziehungsweise Gabel, an zwei getrennten Bestecken. Hässlich? Vielleicht unschön, aber nicht unbedingt hässlich. Schaut mal. Hier, wo die Gabel zugeht, kratzt die Gabel an der Griffschale. Es entstehen dadurch solche Riefen. Vielleicht auch eine ganz gute Sache. Man kann sich da schnell was abschaben von der Griffschale für Zünder. Aber, auch wenn hier die Griffschale ein bisschen abgeplatzt ist, da auch das Plastik. Ich habe das Ding geschenkt gekriegt und für das Gewicht bietet das Teil inklusive Pocketclip als Löffel und doch genug, wo ich sagen kann, hässliches Messer gibt es für mich fast nicht. Das ist meine Videoantwort für Arthur Brehm. Ich hoffe, Arthur, der hat es gefallen. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Gute und sage Tschau Leute.